Herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Henn96. Ja, Hannover 96 hat gestern, wie ich gestern schon analysiert hatte, gewonnen gegen Erzgebirge Aue mit einem 1 zu 3 auswärts in Sachsen. Darüber möchte ich jetzt eher weniger sprechen, sondern ich möchte die Auswirkungen des Spieltags, des 29. Spieltags der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison auf die Tabelle analysieren. Ja, Hannover 96 beendet den Spieltag auf Tabellenplatz 14 mit 35 Punkten und mit einem Torverhältnis von minus 13, 29 geschossene Tore, 42 kassiert. Wenn man sich das so anschaut, 29 geschossene Tore ist und bleibt sehr wenig, 42 kassierte Tore ist vergleichsmäßig ein akzeptabler Wert, natürlich auch äußerst viele Gegentore, ohne Wenn und Aber. Zum Vergleich, Fortuna Düsseldorf, die nur einen Punkt mehr haben, haben neun Tore mehr geschossen und sechs wenige kassiert. Also 96 hat doch eine Effektivität, die bewundernswert ist. Ja, Hannover 96 hat damit mit diesen 35 Punkten sieben Punkte Abstand auf Dynamo Dresden im ungefähr gleichen Torverhältnis plus minus eins. Da Dynamo Dresden heute verloren hat mit 2 zu 1 gegen den unmittelbaren Tabellenkonkurrenten S-Hauser 1000, die jetzt 34 Punkte haben. Also der Abstand auf Tabellenplatz 15 ist gesunken. Der ist relativ irrelevant, weil der Tabellenplatz 16 die Relegation bedeutet und der ist durch unseren Sieg und durch die Niederlage von Dresden gewachsen. Jetzt stellt sich die Frage des Videos, ist das schon der Klassenerhalt? Wenn man mal rechnerisch betrachtet, natürlich nicht, weil es sind noch fünf Spiele zu spielen, sieben Punkte Abstand, das bedeutet, die könnte man in drei Spielen in der Theorie Wett machen. Dann müsste Dresden aber drei Siege von fünf gewinnen mindestens und 96 alles verlieren. Ist theoretisch natürlich möglich, relativ unwahrscheinlich. Aber man soll sich ja nie zu sicher sein, deswegen 96 wird sicherlich auch noch punkten und deswegen, ich gehe stark davon aus, dass es damit war mit dem Klassenerhalt, aber noch nicht ganz. Nächste Woche gegen Fortuna Düsseldorf ist wichtig, weil es um die Tabellenplätze 13 und 12 rein theoretisch geht. Und darauf die Woche gegen Paderborn, dann gegen Karlsruhe, dann in Hamburg und dann gegen Ingolstadt. Also mindestens drei Punkte, dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Man stelle sich vor, 96 hätte verloren und Dresden gewonnen. Wäre es ein Punkt gewesen, ein existenzieller, ein wichtiger Spieltag für diese Saison war das für 96. Ein unglaublich wichtiger Sieg gegen Auer, auch wenn da jetzt kein schönes Spiel war. Vier Punkte aus zwei Spielen jetzt geholt, wo die Leistung alles andere als super war, waren sehr wichtig. Jetzt gegen Düsseldorf am Samstag, auch ein sehr wichtiges Spiel. Aber ich sage ganz ehrlich, das wird nochmal ein ganz anderes, weil Düsseldorf hat einen Lauf. Die haben lange Zeit nicht mehr verloren unter den neuen Trainer Daniel Thun. Da muss 96 auf jeden Fall eine bessere Performance an den Tag liefern. Ja, ich möchte noch ein weiteres Thema thematisieren heute in meinem heutigen Video. Nämlich nicht nur den Klassenerhalt, sondern nächste Saison. Ja, Christopher Dabrowski hat wie allgemein bekannt nur einen Vertrag bis zum 30.06. Man hält sich noch bedeckt bei 96. Man weiß nicht so richtig, ob 96 den Vertrag verlängern will. Also man weiß nicht so richtig, ob Dabrowski in die neue Saison gehen darf. Ob er sich den Kader so zusammenstellen darf, wie er es so richtig hält. Was vor allem mit den Spielerverträgen ist. Wichtige, in Anführungszeichen, Leistungsträger werden den Verein Stand heute verlassen. Unter anderem Marcel Franke, der hat einen Vertrag bis 23. Ninton Mainer, der wo einen Wechsel in die erste Bundesliga favorisiert. Warum auch immer, der ist jetzt nun wirklich diese Saison nicht wirklich herausgefallen mit der Leistung. Also hervorgestochen, sag ich jetzt mal. Und wer Mike Franz zum Beispiel fällt, würde auch noch den Verein verlassen. Der sicherlich vielleicht ans Karriereende denkt. Vielleicht auch nicht. Ist ja auch schon 35. Dann Dominik Kaiser. Könnte man rein theoretisch ein Jahr verlängern. Unter anderem auch Philipp Ox läuft aus der Vertrag. Und eben, wie gesagt, Marcel Franke und Niklas Hult. Darüber müsste man nochmal nachschauen. Aber die nächsten Wochen werden sehr entscheidend. Für mich ist das jetzt gelaufen mit dem Spieltag. Die werden sicherlich noch die ein oder anderen Punkte holen müssen, 96. Die 40-Punkte-Marke wäre ganz schön, wenn sie die schaffen. Und 5 Punkte in 5 Spielen muss auf jeden Fall mehr als möglich sein für 96. Natürlich darf man sich nie zu sicher sein. Aber ich denke mal, man sollte jetzt schon auch mal Gespräche führen mit dem Trainer. In den nächsten Wochen, dass man zum Saisonstart, ich sag mal Ende Juni Trainingsbeginn wahrscheinlich, und dann Ende Juli zum Saisonstart, also mit dem Spielstart, dass man dann auf jeden Fall schon weiß, wie das mit dem Kader aussehen wird. Was sehr wichtig ist. Ein gesondertes Video kommt sicherlich dazu auch noch zu der Kadersituation. Das war es mit dem heutigen Video. Schreibt eure Meinung zum Klassenhalt, ja oder nein, in die Kommentare zu den Spielerverträgen. Bis dann und ciao.